So, ich bin Kylo, hier ist GameStadio und wir fangen an anzufangen, denn ein Boss ist fertig zu machen. Ich war gerade beim Riesen und habe noch ein paar Seelen in fester Form verbraucht, nur um ein Langschwert auf 5 zu bringen, um den dann noch göttlich zu machen und auch nochmal auf 5 zu bringen. Jetzt machen wir göttliche Schaden. Vorteil ist bei dem, dass solche Skelette, wenn die wiederbelebt werden von einem Nekromaten oder beziehungsweise wie bei den Boss da unten, dass die einfach nicht sterben, sondern einfach wieder sich zurücksetzen und darf es wieder gegen die kämpfen. Und durch göttliche Waffe kann man das verhindern. Dann werden die sterben. Aber man muss möglichst sie mit göttlicher Waffe bezwingen. Deshalb habe ich mir diesen Langschwert göttlich gemacht und auf 5 gemacht und auf geht's zum Boss. Mal schauen, ob mein Plan aufgeht. Bis gleich. Übrigens, viel Spaß mit dem Video und guten Hunger, wenn du gerade am Essen bist und wir haben ein Stück zu laufen. Wir sehen uns beim Boss. Ich hoffe, es ist einfach alles hinter mir. Leben gelassen. Ich bin drückt gerascht. Das geht sogar bei dem Schmalen Kahn. Bekannt ganz gut, aber es ist eine Bombschütze. Ich hatte mich trotzdem erwischt. Hier wird verdammt viel HP weggenommen. So, probieren wir mal. Gehen wir schon. Oh, diese Schreiattacken von dem, das ist nervig. So. Ach, Mann. Ab wann soll ich dir die Scheiße ausweiten? Das verstehe ich nicht ganz. So. Ich bin schon vergiftet. Diese Schreiattacken wird nervig sein. Ich treffe ihn nicht mal. Jetzt. Gut. Ich glaube, das ist eine Explosionsattacke. Oh. Ein bisschen Schmerz gemacht. Also. Geh. Ich finde noch was. Dasknownst du. Ein bisschen Schmerz. Theo. C emailsadura? Zack Explodiert gleich wieder Oh Aber ordentliche Reichweite Hauptsache Die großen Skeletten, die kommen nicht so Bei mir an Soll er nicht gierig werden Was für eine Attacke ist das wieder Ah, der explodiert gleich wieder So Und jetzt stirbst du Gut Du hast selber gesehen Empfehlenswert Oh Dick über Kastnito Menschlichkeit Hat selbst gesehen Das hätte ich sogar Aus dem ersten Versuch Habe ich nachdem ich Jetzt nach Stream aufgehört Aber aus dem ersten Versuch Geschafft Einfach nur kurz durchgeplant Und hat selbst gesehen Die Waffe Die habe ich einfach nur benutzt Um die Skeletten fertig zu machen Alles andere ist mir egal Wir sind sogar verkiftet Und an sich ist da Gar nicht so schwer Wenn diese Skeletten nicht werden Deshalb Lassen wir noch schnell Irgendwie Die großen Skeletten Da sind auch weg Hier haben wir auch Leuchtfeuer Deshalb Liken Abonnieren Kommentieren Und ab hier geht es dann weiter Ciao Haut rein Abonnieren 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 Abonnieren